Auf der anderen Seite denke ich mir nicht so. Okay, ich gehe einfach wieder hoch. Ich meine, eigentlich sollte das ja keinen interessieren, oder? Okay, woher weiß der jetzt, dass wir hier sind? Der sucht uns doch jetzt, wa? Okay. Okay. Habe ich ja jetzt so richtig... Du, wir fragen uns alle, was hier los ist. Woher weiß der jetzt, dass wir gegen ihn gekämpft haben? Hat der irgendwie Verstärkung geholt? Habe ich das nicht gemerkt? Oder... Smart Glass? Ah, okay. Kann man dann wahrscheinlich nur aus der Einrichtung das Ganze sehen, oder was? Und deswegen sehen die uns nicht. Hallo. Hier bin ich. Dass die auch nie merken, dass die Tür offen ist, finde ich auch lustig. Ja, krass. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich hier rauskommen soll, um ehrlich zu sein. Oh, das ist nicht wahr. Okay, I get it. Das war dann. Ja, komm, kill mich. Kill me. Also irgendwie muss ich die anscheinend echt alle umnieten, oder so. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich die sonst... Weil man kann die anscheinend nicht von hinten packen, wenn das so krass bewaffnete Leute sind. Oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Habe ich das jetzt irgendwie, was jetzt schlecht? Ja, hier ist echt... Okay, es geht. Wir öffnen die Scheiß-Tür, Alter. Ähm... Ich lege den einfach mal hier auf. Oh, hab ich den jetzt eigentlich ausgeräumt? Oder was hat er denn? Gott, ich dachte gerade... Hatte der vielleicht eine coole Waffe? Hä? Okay, dann pack ihn halt nicht. Dann pack ihn halt nicht. Ich werde den nicht mit dem Messer hier bekämpfen. Dann pack ihn mal eine komische Waffe hier. Kann ich den einfach laden. Das wird auch bescheuert. So, bestätigen. Kann ich den einfachen... Und dann pack ihn an. Dann pack ihn mal. Ich nehme den wieder mit. Ganz entspannt. Wir gehen zu dem anderen. Da ist die Überwachungskamera. Ah, die ist schon aus. Okay. Tschin. Ah. Kannst du wieder aufhören, diesen beschissenen Feuerlösch anzuwischen? Naja. Hm. Soundsystem. Ach, wenn du wüsstest. Schon aus. Eigentlich müssen wir einfach da rein. Aber bin ich im Kampf. Da ist noch jemand. Oh. Das sind halt zwei. Okay. Ob die mich gesehen haben? Fühlen sich auf jeden Fall nicht so auf. Aber. Was soll man sagen? Was? Wow. Das hat den auf jeden Fall ganz gut erledigt. Ne, da muss man halt sagen, das ist auch das Problem, wenn man denen Waffen gibt, ne? Dann können sie natürlich auch die Feinde Waffen holen. Ähm. Was ist mit dem Typen los? Hm. Was? Ach da. Das hält die Zukunft also bereit. Stabil. So was gibt's in der Zukunft. Sehr cool. 2077. Das wird richtig, richtig schön. Sehen immer noch Leute oder labert der Typ gerade aus irgendeinem Grund? Hä? Was ist mit ihm los? Ich hab grad irgendwie das Gefühl, er ist Tom. Aber ich hab irgendwie auch das Gefühl, dass das Spiel einfach grad verglitscht ist. Was? Tja. Tja. Oh Gott. Sorry. Ich hab dich echt nicht gesehen. Oh nein, ey. Naja. Ey, wenn ich dich gesehen hätte, dann wäre ich hier wahrscheinlich nicht reingegangen, oder? Ach, vielleicht auch schon. Ich weiß es auch nicht. Tut mir ein bisschen leid für den Club, aber jetzt hab ich irgendwie... Jetzt hab ich halt Scheiße gebaut, jetzt muss ich die Scheiße auch ausbaden. Indem ich die Leute, die hier arbeiten, die Scheiße ausbaden lasse, aber... Naja. Was sollen wir denn machen? Nein. Naja, gibt Ausgabe. Oh. Ach, ich kämpfe immer noch. Apparently. Klima. Digga, kein Ohne Scheiß. Warum stimmt der nicht? Der... Versaut mir grad alles. Oh. Hi. Ich weiß nicht, wie ich hier ist. Ich weiß nicht, wie ich hier war. Sieht sich anregend. Oh. Was ist das? Evelin's Jacket. Sieht sich wie ein Teich. Sieht sich hier schon seitdem. Na, wollen wir die nicht? Naja. Übrigens an sich schon mal im Voraus. Jetzt sorry, dass wir ihren gesamten Laden ermieten. Ach ja. Im Alleingang vor allen Dingen. Naja. Im Grunde sind wir zu zweit. Das ist einfach schön, was man hier alles mitnehmen kann. Das freut mich ungemein. Was ist hier? Ach, noch ein Katana. Okay. Da bin ich immer noch im Kampf, was ich halt irgendwie jetzt... Kann ich vielleicht einfach so weit weg gehen wie möglich und dann... Ich hab einfach alle umgenietet. Was ist hier? Wissen Sie, wo sie ist oder nicht? Sie ist hier nicht. Ich habe versucht, sie zu kenne ihn mehr als einmal. Keine Antwort. Ich habe gehört, sie war schüppend ein neues Gesichter in der Klinik in Osaka. Nein, nein. Oslo. Das war es. Was ist hier? 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 Ja, das ist hier. Ja, ja, definitiv hier. Er ist ja gut. Er ist ja gut. Er ist ein bisschen wie unser Geheimnis. Er findet neue Talent, heils mit wunderschönen Situationen. Könnte es sein, dass Woodman endlich etwas Licht auf dieses Schicksale verbreitet? Der Mann kann nur träumen. Die Skullspongen und diese Dolls. Das sollte sie verwendet werden. Ach, wir haben den Laden hier ausgegeben. Ach, das haben wir schon weitergemacht. Cool. Das Gefühl, Woodman in sein Büro. Will auch nicht gerade mit uns reden. Wer bist du? Was willst du? Chill. Keep calm. I'm looking for a girl. Hey, Cam. Interessant word choice for someone who ploughed through massacring all along the way. If you got your hand, I'll admit. We'll cooperate and no one will get hurt. True. I don't negotiate with terrorists. Oh. Toll. Was? Und jetzt ist alles wieder weg wahrscheinlich. Weil der gesamte, weil der Typ ausgeglitscht und ich nicht speichern könnte wahrscheinlich, oder? Ach, leck mich am Arsch, Alter. Let's get this over with. Show us now. Ich hasse alles, ey. Okay. Tust du mir ihn gefallen? Let's get this over with. Let's kick it in the high gear. So. So. So Haben wir es dann mal So Cool Danke auf jeden Fall, dass ich das gerne so kacke So mal machen musste Einfach nur, weil ich nicht speichern konnte Wow Okay, da war ganz viel Geld drin Habe ich das letztes Mal nicht gesehen Anscheinend nicht Na egal, ich gehe jetzt erst mal Nochmal zu Tom Kurz Wo bist denn du? Und dann gehe ich gleich weiter Hallo Oh so La 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 Warum stehst du im Boden? Hat das irgendeinen gewissen besonderen Grund, oder? Oder was? Wie kommt's? Keine Ahnung, naja. Ja, fast ein bisschen schade, ey. Ich dachte, ich kann da jetzt einfach wieder hingehen und mich da ganz entspannt durchfragen. Aber nein, natürlich nicht. Muss das jetzt so gut sein? Manchmal wirkt das echt super willkürlich, wann jetzt die Stimmen klar sind und wann nicht. Warum töten? Keine Ahnung. Warum nicht? Ich auch nicht. I just don't care at the moment. So, durchgehen. Einfach alles mitnehmen hier. Warum nicht? Hat das irgendwelche Vorteile? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. So. Techie. Bin mittlerweile Techie 2, okay. Coolness. Let's go. Keine Ahnung. Von hier aus kann man gar nicht dahin ziehen. Wie schon gesagt. Ich bin nicht. Oh, der hat richtig Wumms hinter seiner Waffe. Warum? Gott, der killt mich. Warum hat der so viele Leben? Wie kann man so viele Leben haben als... Er ist nur ein ganz normaler Typ. Digga. Und er heilt sich. Was soll das? Fuck off. Warum kann er so viele... Mhm. Na ja, okay. Ich weiß es nicht, vielleicht kann man ja... Kann man dem irgendwie... Kann man nicht irgendwie hier rein... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht... Ich verstehe eigentlich so ganz, warum ich hier nicht reinkomme. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht... Ich hab dieses Auge ausgepiekst. Okay, das wird nicht. Das ist ja irgendwie bescheuert. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt tun soll. Ich muss den irgendwie einfach abballern und dann gucken und hoffen, dass das passt. Am besten so viel wie möglich Kopfschlüsse geben und ja. Das ist das Powersturmgewehr. Das macht halt mehr Schaden. Aber ich glaube, es ist schon besser, so viel Schaden wie möglich zu machen. So. Wow! Dieser Typ hat irgendwie Ähnlichkeiten mit Hitman, kann das sein? Digga, was ist er denn für eine Maschine? Warum ist ein Random-Typ so krass? Okay, ich verstehe hier nichts mehr. Warum? Was ist los hier? Was denn soll das? Okay, da steht einfach so ein Typ. Ein ganz normaler Dude. Und der ist so. Yo! Leute! Wisst ihr was? Ich hab einfach abnormal viele Leben. Stimmt. Ich hab dich 또 scheme. Wer ist die CHEERING? Was denn? Was heißt die транzium? Wo Mickey? Warte, wo sä segmentsikte! Warte, woDB ends! Warte, wo wszystkich! Hat der gerade geteapost? Wenn ich mal fühle, ist der Typ glitcht oder was? Oder soll das so? Weil wenn das so soll, was ist denn mit ihm los? Ich glaube mittlerweile, dass man mit ihm ausweichen soll, sogar so, aber das sieht halt einfach mega komisch aus. Das ist halt sein... sein Ding. Einfach krass ausweichen zu können, aber muss ich auch nicht. Okay. Okay. xd xd Ja, ich kann nur, wenn er so herkommt, dann kann ich ihn gut angreifen. Aber nicht, wenn er so weit weg ist. Noch übrigens nicht, wenn er sich heilt. Ich weiß, wie ich ihn lieber herkomme. Hm. Slow and steady wins the race. Ja. Du bist nicht helfen. Jetzt was? Helm, warum kannst du einfach die Wahrheit aus seinem Gehreis-Lifelis-Eyes oder scourre seinen Kopf? Das ist meine Arbeit. Ich würde mich nicht durch wie das heute. Jesus.